Was habe ich denn hier als Upgrade? Habe ich irgendwas zu trinken oder so? Nein, nicht die Taschenlampe. Was ist denn hier? Oh, das ist Töte von Feinden. Mit stumpfen Waffen erzeugen. Zusätzliche Wut. Na? Adrenalin ist das beste Schmerzmittel. Raserei macht dich resistenter gegen Schäden. Oder dickes Fell. Ein Schadenwut erzeugen. Ach komm, nehmen wir das mal. Bist du eigentlich mal aufgestiegen oder sowas? Nee, noch nicht. Aber komm, wir folgen. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Energy Drink. Geh jetzt gerade mal ganz schnell da. Ah, da. Nimm den doch. Wasser, Energy Drink. Ah, sehr gut. Ah. Wasser, Nägel. Okay. Kannst du zum Aufrüsten für Baseballsteher nehmen. Warte mal, da ist ein Buch. Nimm du den lieber mal. Wasser. Da auf dem Schreibtisch. Okay. Weil ich weiß nicht, was genau ist, wenn ich den nehme. Ist nicht schlimm, aber guck mal hier. Du hast das Buch nur immer nicht genommen. Natürlich habe ich das genommen. Dieses grüne Buch, was auf dem Tisch liegt. Bei mir ist es noch da, dann nehme ich es auch mal. Ach, ich muss es auch nehmen. Okay. So, äh, Klebeband nehmen wir auch mal mit. Hier kann man Sachen aufrüsten. Genau, hier kannst du jetzt, so eine Werkstatt ist das jetzt so ein bisschen. Draht nehme ich auch mal mit. Und jetzt können wir theoretisch, warte mal, einfach mal ausprobieren. So, was könnte ich denn mal hier umbauen? Tauchmesser könnte ich auf jeden Fall reparieren. Und das mache ich auch mal für 93 Dollar. Äh, ja. Ich habe ja genug dabei. So, das Hackmesser. Hm, 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 hm. Okay. Upgrade. Jetzt könnte ich sogar ein Upgrade mir machen. Oder modifizieren. Aber ich habe keine Baupläne. Gut. Aber ein Upgrade. Jetzt muss ich mal schauen. Mache ich mal am besten das Tauchmesser upgraden. Auf Stufe 2 ist das geil. Jetzt bestimmt noch viel besser. Und dann... Ja, kann ich am besten noch mehr von den komischen Viechern da töten. Ah, genau. Auf... Upgraden. Bei dir steht jetzt immer so ein bisschen hier zum Handeln. Mal gucken. Was da kommt. So, als musst du irgendwas akzeptieren. Ah. Ja, da kann ich sowas handeln halt. Wenn du was brauchst von mir und ich was von dir brauch. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, der schlägt immer. So. Sollen wir surfen gehen? Hättest du mal Bock dazu? Oder sagst du lieber, nö, kein Bock? Ich kann nicht surfen. Oh, noch ein Tauchmesser. Na gut. Sieht dein Tauchmesser auch so geil aus jetzt? Äh. Warte mal, wie sieht denn deins aus? Ja, so sieht meins auch aus, ja. Ja. Komm, jetzt gehen wir mal weiter hier eben. Oh, da steht wieder eine Frau auf. Guten Morgen. Oh, hat die einen geilen Arsch. Guck mal. Wo denn? Gut, Oberkörper sieht scheiße aus. Boah. Das ging aber jetzt schnell. Steht der auch auf? Er steht nicht auf. Oh, oh. Oh, irgendwas gehört. Ja. Was war das? Ein Zombie wahrscheinlich, aber wo das? Vielleicht hier in den Kabinen. Ja, ich hab keinen Bock, die wieder aufzumachen, ey. Da kommt bestimmt einer jetzt. Und? Ja. Ja, ich hab doch gesagt, ey. Ich hab das geschafft, ey. Ich wusste doch, da kommt einer. Ich hab wieder Glück, ey. Und du? Na, nix. Na gut. Da kommt nirgendwann wieder mein Besenstiel zum Stiel. Oh, dann kommt ein Ränder. Mensch, ey. Oh, der kommt es wieder ab. Ja, hallo, wir sind halt die Köpfschläger, ne? Genau. Was ist denn da los, ey? Was für ein Geschrei. Das sind alles Zombies. Du machst die Frau, ich nehm den nächsten. Also, die nächste Frau. Guck mal nach hinten. Die sah gar nicht so schlimm aus. Außer die eine Hand. Naja. Hinter uns ist nichts. Gucken wir mal weiter. Es sind noch neun. Ja, da ist einer gerade. Guten Appetit, mein Freund. Genau. Oh, dann muss ich dir, muss ich dich ein bisschen stören. So. So, jetzt müssen wir hier hoch. Oh, guck mal das Gebäude an. Was für eins. Was ist das, ey? Ist das das Hotel, ja, ne? Äh, ja, dahinter noch das Größere da ein bisschen. Okay. Oh, da stehen jetzt gerade ein paar mehr auf. Oh, der hat mich weggeschlagen. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach. Bist du auch tot, oder? Nein, ich kämpfe hier noch schön. Ah, da bist du doch. Ja, ich bin gerade wieder, ähm, auferstanden von den Toten. Jetzt hab ich nur keine, doch, da ist nur ne Waffe, die muss ich wieder auswählen. Aber. Ach, es passt, es passt, es passt. Irgendwie hab ich so das Gefühl, sehen die Treppen immer gleich aus. Oh, mal Geld zocken. Ah, guck mal hier. Jetzt muss ich mal schauen. Nur, wie bringen wir die zum Explodieren? Warte mal. Keiner. Achso, ich kann ja nur mit werfen. Wow. Wow. Scheiße, ey. Ich, da muss man gegenwerfen. Jetzt hab ich gar keine Waffe nach. Doch, ich hab noch Messer. Wow. Aber jetzt merken, ne, wenn da jemand, äh, so ne Box mit. Ja, ja, genau. Also, lieber aufpassen. Wie? Das Herz. Hallo? Na? Wie geht's dir? Ach, komm. Gehen wir mal einen weiter. Äh, weil hier ist offen. Und, warte mal, hä? Kann ich mal schauen, wie kommen wir jetzt da durch? Ist ja echt schön, da waren Schaltern. Ach doch, ja stimmt, wir müssen den Schalter aktivieren. Darf ich den machen? Äh, ja, bitte. Und? Hast du? Ja. Na, dann musst du noch offen machen. Ach, wer hat? So, jetzt warte aber. Nicht, dass da irgendwas... Boah, scheiße, ey. Die Frauen sind wiegeber als die Männer, ey. Ja, hallo, die fingen dann ein, ja? Ey, schon wieder tot? Ne. Doch, ne. Boah. Alter, quater. Ja, wie wird der schluss? Ja, der sieht, ich weiß ja nicht, so powerhafte Frauen, ey. Das sind ja voll die Chutnose, Freund. Boah, Alter. Gibt's doch nicht. Ey, ich brauche unbedingt Energie, irgendwie. Ih, das war eine Zeitlupe, ey, bei mir und ich habe genau das Gesicht der Frau gehabt. So, dring in den Turm da ein. Äh, ich habe aber nicht so Bock dazu, jetzt da rein zu, weil ich brauche irgendwie Energie. Dann lass uns mal Energie suchen, weil ich brauche auch was. Ach, hier. Ich habe eine. Da ist noch eine drin. Ah. Boah. Das ist so delicious. So delicious. Lecker, lecker. So, soll ich mal aufmachen? Ja, ja. Oh, ohne Videosequenz. Boah. Oh, 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 oh. Alter Vater. Ey, das ist ein... Wie so ein Endgegner, glaube ich, oder? Das ist ein Schläger, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da müssen wir richtig in Arme brechen oder irgendwas versuchen. Ja, ich würde erstmal sagen, wir halten uns erstmal abstandsmäßig. Komm mal wieder zurück. Lauf mal ein bisschen weiter zurück. Äh, kommt der raus? Ja. Ja, komm mal ein paar andere Zombies. Ja, der kleine ist ja egal. Ah, warte mal, ich habe eine gute Idee. Warte. So. Scheiße. Ich will mal alle. Ich lenke den gerade mal so ein bisschen ab. Hast du nicht geworfen, die Kiste? Ja, lenkt die da hin und ich werfe da hin. Warte. So. Boah, hat mir zwar jetzt ein bisschen Energie gekostet.